Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Master Builders. Heute mit meinem Teamkameraden, dem Topps, weil... Hallo. Guten Tag. Ich wurde in den Regen ausgesetzt. Flo wurde in den Regen ausgesetzt, weil Flo immer meine Sachen abbaut, okay? Und schnervt. Das ist ne kreative Sperre, die er einmacht. Richtig. Ich will nicht dort kreativ gesperrt werden. Oh, Topps ist schonmal starker Start. Okay, ich will jetzt jetzt goldenen Blöcken bauen. Das wirkt majestätisch. Ich hätte gesagt, dass wir so einen erhöhten Podest machen. Oh, wir können auch erst mal ein Podest machen. Wollen wir so einen kleinen Weg dahin machen mit so einem roten Teppich? Ja, so einen roten Teppich. Ich bin gerade dabei. 1A. Ich mach den Game of Thrones-Tron. Okay, ich weiß, wie der aussieht. Das ist so ein Throne, der besteht aus Schwertern. Also doch, ich weiß, wie der aussieht. Ich weiß, wie der aussieht. Moment. Soll ich das hier mit abbauen? Ja, man macht das. Kannst du das ausfählen erst mal? Warte. Einfach rote Wolle? Äh, ja. Words. Hey, man muss sich immer denken, ja. Tops baut nicht einfach meine Sachen ab. Ja. Das ist immer schön. Wie lang soll das denn werden? Also... Hey, ich spür ein gewisses Thema. Ja. Ja, ich mein... So, zack. Soll ich das einfach so in der gleichen Breite ausbauen? Äh... Ja, weiter... Äh... Das wird wunderschön. Ja. Das hoffe ich und denke ich auch. Also, ich weiß es. Das ist einfach so. Also, ich mein, wahrscheinlich schaffe ich nicht mehr, als den blöden Teppich zu bauen. In der kompletten Zeit. Ah, glaub einfach an dich. Mach... 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 Ja. Du hattest dir überhaupt gehört. Ja. So... Wegen Griechenland. Wie warst du denn so in Griechenland? Nordisch. Echt mega cool. War auch echt schön sonnig und so weiter. Bist du jetzt braun geworden? Ein bisschen auf Instagram gemacht. Bist du braun? Oder bist du nicht braun? Hä? Äh, ja. Bin leicht gebräunt, aber größtenteils hab ich geschlafen. Hahaha. Größtenteils hab ich geschlafen. Hey. Ja. Ich mein... Es ist Urlaub und ich dachte mir so, ja, kannst einfach mal... Kannst einfach mal schlafen. Ja. Okay. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich den Ton mache. Das ist absolut korrekt. Das ist ja ein bisschen... Du machst es bestimmt sehr schön. Ich helf dir gleich, aber ich muss erst mal noch meinen Teppich bauen. Äh... Ich wünsche euch viel Glück. Aha. Tust du das, ja? Vielleicht da so eine Missfälligkeit, so eine kleine... Nein! Ich würd mich wirklich viel Glück. Äh... Ich hab keinen Teamkameraden. Wieso hast du keinen Teamkameraden? Ist der ein Team? Ich dachte, wir spielen Solo. Ach, lol. Nein. Nee, wir spielen nicht Solo. Hä, nee. Aber es ist gut, dass ich keinen Teamkameraden hab. Ja, ja. Er wird bestimmt alles nur füllen mit Endparteilen. Ja. Oh, neulich hatte ich das schon wieder, als ich Master Reads aufgenommen. Der war auch so ein Kerl, der hat alles mit, ich glaub, Melonen und so ein bisschen Wasser gefüllt. Verrückter Kerl. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß die Leute... Kann ich nix sagen. Kann ich nix sagen. Oh Gott, das ist nicht richtig. Der Zitron, da weiß ich nicht genau, wie man den machen soll. Ich weiß nicht, wie gut meine Filmstrategie hier ist. Irgendwie bin ich ein langsamer Mausklecker. Äh, mach, weißt du, das machst du auch falsch. Also... Was mach ich denn falsch? Du kannst... Guck, Tups macht's auch! Hä, nein, 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 nein. Ich will ihr sagen, wie sie es richtig macht, weißt du? Okay, ich bin natürlich immer offen für Verbesserungsvorschläge. Ja, du musst das nicht so machen. Du musst... Guck mal hier. Einfach so hier. Wie macht man das denn? Einfach nach hinten gehen und rechtsklick drücken. Nach hinten gehen und immer rechtsklick drücken. Hast du gedrückt, oder wie? Nein, immer... Nein, ich... Ja, kannst du auch gedrückt machen. Aber mach immer so... So klein, weil wenn das manchmal... Aber ich kann das nicht so schnell! Doch, Ronja, du kannst das! Glaub an dich! Glaub an dich! Wieso machst du nur extra rote Bolle an den Thron? Das ist doch blöd! Ja, lass mich... Ja, ist okay, weißt du was? Ist in Ordnung. Ich will dich hier nicht kreativ einschränken, so wie andere... Ja, so wie... Ja, ja, ja... Mach ich doch gar nicht! Du tust so! Okay, alles klar. Ey, weißt du was, ich werde nächste Runde ein neues Team gewandern kriegen und ich werde euch das stören. Ah, okay. Das glaubst du selber nicht. Ich würde hier drinnen auch noch ein bisschen was aus... quasi Dings bauen, so Armlehnen, oder? Ist das der Thron? Ja, das ist das so. So eine Sitzfläche. Wollen wir die Sitzfläche auch aus Rot machen? Äh, ja. Kann man machen, so... So, schick. Zack. Okay, ich würde sagen, das erkennt man sogar. Kannst du mit... Kannst du mit Säulen anfangen? Weißt du hier solche Säulen machen? Wollen wir so dünne Säulen machen? Aus... Aus Mauern quasi? Dass man... Oh, ich hab ne perfekte Idee. Guck dir die an. Das hier ist perfekte Säule. Oh, ja, ja, ja. Kannst du die so machen, musst aber aufpassen, wie du sie platzierst, ne? Ja, so vier Stück, dass du die so... Und dann mach ich hier so... Ich mach das drumherum, weißt du, so. Wie hoch? Äh, mach so, keine Ahnung, zehn Blöcke hoch. Oder so. Okay. Äh, NPCs. Ähm, was haben wir denn? Haben wir denn was, was passendes? Es gibt doch so... Gibt's königliche NPCs. Guck mal, wie sieht der aus? Oh, ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut, Schaps. Ja, so. Wirklich schön. Warte, ich hab vielleicht noch gar noch bessere. So, hier hoch muss ich noch ein bisschen. Soll ich quasi den ganzen Weg lang so Säulen machen? Äh... Oder nur die zwei? Ja, mach, 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 mach mal ganz schön. Weil ich möchte so eine Halle machen, weißt du, so. Äh, warte, die ist eins zu niedrig. So reiß ich hier welche ab. Äh, dann muss ich jetzt gucken, was ein guter Abstand ist. Ich glaub, hier so. Was haben wir denn hier? Ja, bei mir ist jetzt nicht mein bestes Werk. Nee. Wie läuft's denn so bei dir? Äh, ja. Äh, ja. Oh nein. Eine Minute. Aber ja klingt gar nicht so gut, Flo. Ja, Flo, also was ist los? Hey, es ist doch gar nicht so gut geworden hier. Ich dachte, du bist so gut in bar. Ja? Es wird gar nicht so leicht, wenn du niemanden rumkauern gehen kannst, hm? Ja? Wenn du niemanden machst, der für dich die Drecksarbeit erledigt, hm, Flo? Wie ist das so? Ich ruf gleich die Polizei. Aber wird die die Drecksarbeit für dich erledigen? Hey! Ich hab niemanden gesagt, Fremdschmerz zu machen, okay? Ich hab gefragt, was kann ich helfen? Ich hab euch eine Antwort gegeben. Ja. Du machst das schön, du machst das schön. Ja, ich hoffe, das sieht man halbwegs so... Soll ich versuchen, da so Bögen draus zu machen, aneber meinten? Es ist so... Guck dir das mal an, das Gesamtbild, das geht eigentlich. Ich glaub, alles in allem ist nicht schlecht. Wollen wir noch so Partikel machen um den Thron rum, damit der so glitzert? Ah, nee. Ich glaub, das würden die Leute nicht so verstehen. Hey, was ist das? Okay, alles klar, du hast wahrscheinlich recht. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit Meinung. Oh weia. Okay, ist einfach nur ein großer Stuhl. Hä, was ist das? Super Kacka. Im Endeffekt, ich geb ihm okay. Er hat's versucht, es ist ein großer Stuhl. Gib ihm okay. Okay. Leut, jawohl doch, das Bögen, was ich gebaut hab. Was denn? Es soll auch dieser Game of Thrones Dings sein. Ich geb ihm okay. Ich geb ihm gut, aber es ist nicht gut geworden. Aber es ist besser als das okay. Der ist schlecht. Der war schlechter als das okay. Das heißt, dem wäre nicht ein Kacka. Man muss immer in Relation zueinander bewerten. Das ist wichtig. Okay. Okay, oi. Guck mal hier. Guck mal. Ey, das sieht ja gut. Boah, das ist voll ägyptisch. Legendary Game. Oh, wir hätten noch hier unten an den Händen... Guck mal, nice, schreibt einer. Gut, schreibt der Nächste. Die Leute sind so richtig über... Das ist einfach nur ne Burg. Hä, das ist halt schlecht. Hä, nein, das ist einfach Gold. Guck mal, that's a castle, schreibt einer. Sorry, aber das ist super Kacka. Das ist ein Grabstein, oder? Das ist kein Kron. Das ist... Also, bei bestem Willen. Das ist literally kein Thron. Oh, du hast nen Dude auf dem Thron? Wieso hat der Pickel auf sein Bein? Nein, das sind diese... Das sind Pickel auf dem Thron. Pickel auf dem Thron. Okay, ich geb den gut, weil du alleine warst. Aber... Der wollte auch das machen, was wir gemacht haben. Aber der hat's nicht so gut hingekriegt. Deswegen geb ich dem... Okay. Okay. Er hat zwar so... Wow. Wow. Was ist das denn? Ähm... Der Typ hat nur ein Auge. Okay. Er hat irgendwie die Hälfte des... Er hat irgendwie... Er hat irgendwie... Er ist gar nicht so schlecht. Er hat so eine Fußablage. Soll das sein? Oder ein Tisch? Ich weiß nicht. Das ist... Das ist... Das sieht richtig kacke aus. Oh! Ich hab mir eine richtig geile Idee gehabt. Man hätt so einen Sklavenbond gehabt. Ja, der hat uns nachgebaut. Der hat uns nachgebaut. Ja, der hat uns nachgebaut. Na toll. Und dafür hat er nur Stein. Das ist ja schon mal kacke. Ja. Der hat nicht mal die coolen Säulen. Ist echt so. Was hat der? Der hat... Okay. Guck mal, der hat sogar... Es tut mir leid, aber das ist einfach nicht gut. Was hat der? Also... Das... Guck mal, der hat... Was? Aber... Ja, also... Ich will ja nichts sagen, aber... Donuts. Donuts. Ah, ja. Nice Donuts. Ja! Ich bin mit B1 Gmick im Team. Ja! Jackpot. Was sagst du, Thomas? Wir bauen einen schönen Pixlr-Donut. Was sagst du zu der Idee? Nein! Er spammt Holzblöcke! Aber er spammt wenigstens in dem Dings. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen zwei Ebenen. Wir machen die Basis, so den Teig aus... Irgendwas wie Sand oder Terrakotta. Okay, ich sag... Und dann machen wir so eine Schokoglasur, okay? Mit den Teppichen. Ja, warte, ich hab ne Idee. Ich sag mein Typ hat ne Vision. Aber genau, wir machen erstmal einen Teller. Das ist gut. Den Typ hat ne Vision. Ja. Ja. So, wie groß muss das denn sein? Ja. Wie viel ist das jetzt? 3... 6... 9... 11... 12... Reicht das für Donut? Eigentlich müsste es gelblicher, bräunlicher sein. Ich guck gerade mal, was es für gute Farben gibt für ne Donut Basis. Okay, mach das. So, ich hab jetzt hier mal so... Das ist die Tellerfläche. Das heißt, du kannst hier... Okay. Das ist schön. Ja, der Teller wird noch ein bisschen tellerhafter gemacht. Ich spiel jetzt im Team. Okay, ich mach jetzt das, was mein Typ hier versucht zu bauen, okay? Ich realisiere seine Vision. Das ist schön zu hören. Du lebst deinen Traum, ne? Lebt deinen Traum! Lebt deinen Traum! Der Ende wird warm! Du hast das Liebes geguckt wahrscheinlich, oder? Ist echt zu denken. Ja. Bestimmt nur das Lied. Ja, ich auch. Ich kenn das Lied nur. Das Lied ist geil. Das Lied ist auch geil. Generell die Lieder davon sind übelst geil. Ich hab die jedes Mal... Ich glaube, Sand hat ne bessere Färbung, als obwohl... Ne, Terracotta... Ich weiß es nicht. Was willst du denn machen? Die Donuts. Was willst du für ne Farbe haben? Ich wähl ne normalen hellen Donut mit Schokoglasur. Und dann hab ich noch ne hellen Donut mit pinker Glasur und Sprinkeln drauf. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaub, Sand ist einfach... Ja, ich mein... Okay, lass uns Sand nehmen. Weißt du was? Warte, 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 warte. Nicht, dass ich's irgendwie falsch mache gerade. Du hast wahrscheinlich recht. Aber wenn man die nicht nur ein bisschen dicker... Ja, aber ich glaub, die müssen halt so sein. Dann machen wir jetzt hier Dings drüber. Es ist halt nicht schön, ne? Ja, aber... Es ist halt wirklich nicht schön. Aber... Wenn wir den anderen so schief versuchen draufzulegen, damit es so wirklich, als ob die gestapelt sind... Oder wir machen einen Abgebissenen. Wir machen einen Abgebissenen. Wir können ja beides machen. Wir können beides machen. Ich versuch jetzt den Schiefen zu bauen. Das ist ne Challenge für mich. Ich bin kein Schiefbauer. Oh nein, das geht überhaupt nicht gut, weil der Schief... Schief ist englisch und englisch ist modern. Mhm. Du weißt doch was sagt. Ja. Hey, mein Typ... Anscheinend ist der kein Holz-Donuts. Okay. Hey, warum denn nicht? Aber... Jedem seins. Ich mein, ich weiß nicht. Vielleicht kommt der aus irgendeinem Land, wo Holz-Donuts serviert werden. Ihr baut aber noch im Team. Ist das korrekt? Ihr baut noch im Team. Ich hab... Ich hab... Ich hab grad... Ich hab grad versucht was zu sagen. Er schreibt im Chat. No! Rage der. Aber jetzt hab ich ihm erklärt, was ich machen will. Dann sagt er okay. Ich find's süß. Guck mal. Flo lernt wenigstens mehr. Jetzt lernt Flo's Sozialkompetenz. Nein, ich hab den Typen auch abgebaut. Der hat grad wirklich versucht... Der wollte gerne Pisten einbauen. Er wollte gerne Pisten einbauen. Ich hab den Typen auch grad abgebaut. Ja, ja. Weißt du vielleicht... Lass ihn mal seinen Pisten dahin bauen. Das ist doch gar nicht so. Nein! Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Warte, nächstes Mal... Nächstes Mal wenn... Okay. Wo kommt denn der Hass her bei dir immer? Genau, Flo. Das frag ich mich. Was ist das los? Okay! Tups! Ich hab mich ganz gut erinnern, dass Tups einfach Pistens abgebaut hat. Oder nicht abgebaut, sondern sich auch so aufgeregt hat. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, ich weiß auch nicht was... Kommst du dich daran erinnern? Nee, aber jetzt hab ich hier einen Fehler gemacht. Upsala. Stimmt nicht. Irgendwas ist hier kaputt. Ah, nee... Keine Ahnung... Es sieht voll hässlich aus. Ja... Ich wollte das ja so schiebt. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das lässt sich sehr schlecht darstellen. Das ist halt ein bisschen... Da muss die Grenzen von Minecraft... Da gehen wir den extra Schritt, weißt du? Ja, warte mal... Weißt du, dann bauen wir wenigstens hier den noch zu. Kannst du schwarze Köpfe machen? Kannst du so generell... Lass uns mal gepuderte und... Achso, ganz ehrlich... Achso, für so... Wieso springen Sie es? Ich überlasse euch den ruhig nicht. Also... Man kann nicht immer gewintern. Okay, das ist ja großzügig. Ja. Das ist ja voll nett von dir. Mhm. So... Was meinst du denn? Soll das Schokokrümel darstellen? Oder was soll das sein? Ja, Schokokrümel ist ja Stückchen. Also... Kannst du mit dem Kopf darstellen, weißt du? Ah... Da 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 da... Ich glaub, das sieht man nicht so richtig gut dann. Das geht nämlich nicht auf Carpet. Das geht nicht auf Teppich. Ich kann's nur so machen. Ist in Ordnung. Dann probier's irgendein... Ja, ich hab noch ein paar Stellen frei gemacht. Ja, das ist perfekt, perfekt. Ich seh's grad. Ähm... Ich mach jetzt den pinken ein bisschen versetzt, damit man da wenigstens noch versuchen kann, Donatross zu sehen. Ja, mach das. So, ich probier jetzt noch mal was zu machen, was vielleicht uns noch ein bisschen retten kann. Das wär gut. Ja, wir brauchen alle Rettung, die wir haben können. Ja. So, ich probier jetzt noch mal was zu machen, So, dann... Ey, wir stehen jetzt für euch, wir stehen jetzt für euch! Äh... Ja... Ein bisschen problematisch, aber... Ich wüsste nicht problematisch. Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaub, da kann man sich drauf einigen. Ja, das ist... Es ist wirklich gut. Kein gutes Thema. Ich weiß noch nicht, warum alle Donuts gebootet haben, um ehrlich zu sein. Das ist jedes Mal so. Das hab ich einmal gemacht in einem Video und dann... Ey, du hättest einfach bauen müssen, wie du mit dem Auto Donuts machst. Aber das checkt dann keiner. Äh, ja... Das checkt dann keiner. Ah, Donuts, Donuts, die, wenn du dich an... Äh, wenn du Bremse gedrückt hättest und dann so... halt durchdrehst oder so. Haha, verstehst du nicht? Durchdrehen. Gegen Auto. Voll witzig. Ey, aber Moment, Donuts, geh da! Der Typ hat schon eine Vision gehabt. Ich versteh's jetzt. Okay, du verstehst du jetzt? Ich bin jetzt auf seinem Level. Okay, das ist schön. Oh Gott. Das muss man auch irgendwann mal sein. So, ich mach jetzt noch so weiße Krümel, damit wir Varianz haben. Ja, mach das. Oh Gott, oh Gott. Bin ich ganz ehrlich. Ich seh hier Schwächen. Ey, meins ist nice, ich hab einen Donut, Schokolade drüber und dann weiß drüber und jetzt mach ich so kleine Sprinkler drauf. Okay. Okay, du brauchst den Hut. Dann bist du stolz drauf. Hm. Ich bin nicht sicher. Tops, ich bin nicht sicher. Das Ganze ist ein fragwürdiges Konzept. Ja, aber das ist... Soll ich noch so Slaps am Rand vom Teller bauen, damit man sieht, dass das ein Teller ist? Ich wollte grad noch einen Polizisten machen, der davor steht, weißt du? Okay. Bei Polizisten halt so. Oh, Tops, die Zeit! Ja, ja. So, ich mach jetzt hier Slaps am Rand, damit das aussieht, wie als wär's ein Teller, okay? Der eine... Mhm. Irgendwie verschwinden die ab und zu. Komisch. Warum? Ja, das ist manchmal ein bisschen verbuggt, glaub ich. Das scheutest mich noch nie. Die Minecraft-Bugs. Oh nein, nur noch 15 Sekunden. Oh nein. Der verschwindet immer. Ja. Okay. Jetzt... Ich bin auf einer soliden Basis. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ey, mein Donuts sind echt ganz halb... Ey, das sieht echt... Okay, ich sag das ist solide. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, aber das Loch ist ein bisschen zu klein. Das Loch... Ja, aber... Es ist schon gut. Aber es ist schon... Ah, ne. Ich find'n kacke. Es ist ein bisschen zu viel. Okay, was hat der? Oh, der hat so... Hm. Ja. Hä, warum ist das... Was ist das zweite? Long Donut. Hä? Ja, langer Donut. Ey, eben sagen, ich find's nicht gut. Ja, Homer Simpson. Ja, mit seinen Donuts. Ja, wow. Oh nein, ich dachte dir noch, ich bin im Team Chat. Oh nein! Oh, ich hab' nicht gevotet. Ha, egal. Pixel Art. Pixel Art! Nein, Pixel. Aber der andere hat's versucht, der kann nichts mehr fehlen. Nein, Pixel, nein. Ich geb'n Kacke. Okay, ich geb'n Super Kacke. Okay, das ist ein Super Kacke. Weil jetzt Pixel Art drin ist. Hä? Aber das ist... Ich glaub, der hat das Thema falsch verstanden. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Der hat wahrscheinlich für was anderes gevotet und dachte, das andere Thema kommt dran. Okay. Warum sch... Leute, das ist wie ein Texturfehler. Das ist... Okay. Sorry. Ich geb'n Kacke. Ja. Aber das hier mit dem Strohhalm... 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 Strohhalm ist ne nette Idee. Ja, unseres ist leider auch nicht so gut. Okay, ihr habt nen Typen dabei aus. Von daher. Ja, ich wollte noch nen Typen machen. Epic! Ja. Äh... Okay, was haben wir hier? Ey, ihr habt alles so kleine Donuts. Das sieht komisch aus. Ja. Ist... Ist ein Kacke, es tut mir leid. Ich hab... Der Typ auch? Warum denn weiß? Sogar der Typ. Guck mal. Ich vergleiche schon unseren Donuts in das Mini-Donuts. Unser Typ ist voll ausgerastet. Aus meiner. Okay. Ich sag, der ist besser. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Haus. Das ist Tüfe. Das ist, glaub ne Donutbau. Ja, komm, super Kacke. Sorry. Der hat aber auch die billige Alternative genommen mit den Köpfen hier. Das ist doch ein Donut. Ach lol, der hat da so ein Mini-Donuts reingebaut. Oh, so ne Donut-Ding. So ne... So ne Donut-Box. Okay, das ist nicht schlecht. Gibt's sicher auch welche größeren Läden, die so Donuts verkaufen? Ich kenn nur Dunkin-Donuts. Ach so, ja. Ihr müsst hochfliegen. Wow! Äh... Super Kacke. Nein! Das ist nicht gut aus. Aber ihr habt zusammengebaut, das fand ich schön. Nein! Wir haben wenigstens einen großen Donut. Ja, siehst du aber Flut, du hast es zusammengebaut. Doch! Ja, sag das dem Typen! Man muss kooperieren. Okay, das sieht auch nicht... Irgendwie sieht das alles so ungesund aus. Also, so ne Krankheit. Das sind doch Donuts. Nein, nein, nein. Mehr auf die schlechte Art ungesund. Okay, weit gewonnen. Ja, wow. Okay. Oh, Hormus Sims. Okay, ja. Ja, aber das ist Janus, der gewinnt. Der war echt nice. Easy, easy. Platz. Wir sind, äh... Dritter! Dritter Platz. So, das war's dann aber auch für diese Runde. Ich mein, vierter und dritter Platz ist okay. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Easy, ja. Erster und sechsster Platz gehen auch gleich. Ich kann mich nicht beklagen, ja. Weil zum Beispiel hat Topps meine Sachen nicht abgebaut. Das fand ich schön. Hä? Ist okay? Und, ähm... Dafür hast du nicht gewonnen! Ich hab das für dich auch nicht gewonnen. Ich fände, du musst gewinnen. Es geht dafür um Spaß. Ja, aber es kommt davon, wie Leute drauf sind. Ja. Ja. Ja, gut. Das war's für diese Folge. Macht's gut. Ciao! Ja. 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 Ja.